Boris Becker kann sich mit seiner Lilien Kinder vorstellen Boris Becker, 55, ist sich mit seiner Lilien Decavalho Montaro wohl mehr als sicher. Die ehemalige Tennisprofi hat eine turbulente Zeit hinter sich, er saß fast 8 Monate in einem britischen Gefängnis wegen Insolvenzverschleppung ein. Seit Dezember 2022 ist der Ex-Sportler wieder auf freiem Fuß und genießt seitdem das Leben in Freiheit gemeinsam mit seiner Liebsten. Gerüchten zufolge sollen sich die beiden mittlerweile schon verlobt haben, und auch weitere Zukunftspläne stehen wohl in Aussicht, Boris kann sich Kinder mit seiner Lilien vorstellen. In seinem Podcast Boris Becker, der fünfte Satz plaudert bei die Tennislegende im Gespräch mit Johannes B. Kerner, 58, aus dem Nähkästchen. Ich bin überzeugt, dass es die dritte Frau Becker geben wird, kündigte bereits vierfache Vater an, geht allerdings nicht näher darauf ein, ob er und Lilien bald heiraten könnten. Dafür äußert er noch einen Herzenswunsch, ich hoffe, dass ich mit ihr auch nochmal Kinder bekomme. Schließlich sei die Familie für ihn die beste Lebensform. Wie ein Insider gegenüber Dezan berichtet hatte, soll der 55-Jährige im historischen Mailänder Dom vor seiner Freundin auf die Knie gegangen sein und um ihre Hand angehalten haben. Boris ist Lilien unglaublich dankbar, dass sie in der schwersten Zeit seines Lebens bei ihm geblieben ist. Er sagte, sie hat mich gerettet, und das werde ich ihr nie vergessen. Sie ist die Frau meines neuen Lebens, soll er laut der Quelle vor seinen Freunden von seiner Lebensgefährtin geschwärmt haben. Sie hat mich gerettet, und sie hat mich gerettet, und ichыпke mich gerettet, und das werde ich in der Regel um die Zivilisation von der Leid anwassbar. Vielen Dank.